Lupus, eine chronische Autoimmunerkrankung, ist eine komplexe Erkrankung, die eine sorgfältige Behandlung erfordert. Hydroxychloroquin, das häufig zur Behandlung von Lupus verschrieben wird, hat in letzter Zeit an Aufmerksamkeit gewonnen. In diesem wichtigen Leitfaden gehen wir eingehend auf die möglichen Nebenwirkungen von Hydroxychloroquin ein und stellen Ihnen die Informationen zur Verfügung, die Sie benötigen, um fundierte Entscheidungen über Ihre Behandlung zu treffen. Was ist Lupus und warum wird Hydroxychloroquin verwendet? Lupus ist eine Autoimmunerkrankung, die dazu führt, dass das Immunsystem fälschlicherweise gesunde Gewebe und Organe angreift. Es kann verschiedene Teile des Körpers betreffen, darunter Haut, Gelenke, Nieren, Herz, Gehirn und Lunge. Die genaue Ursache von Lupus ist unbekannt, es wird jedoch angenommen, dass es sich um eine Kombination aus genetischen und umweltbedingten Faktoren handelt. Hydroxychloroquin, oft unter dem Markennamen Plaquenil verkauft, ist ein Medikament, das häufig zur Behandlung von Lupus eingesetzt wird. Es gehört zu einer Klasse von Arzneimitteln, die als Antimalaria-Mittel bekannt sind und hat nachweislich entzündungshemmende Eigenschaften. Hydroxychloroquin moduliert das Immunsystem und reduziert Entzündungen, was zur Linderung der Lupus-Symptome beitragen kann. Häufige Nebenwirkungen von Hydroxychloroquin. Wie jedes Medikament kann Hydroxychloroquin potenzielle Nebenwirkungen haben. Es ist wichtig zu beachten, dass nicht bei jedem, der dieses Medikament einnimmt, Nebenwirkungen auftreten und dass die Schwere und Häufigkeit der Nebenwirkungen von Person zu Person unterschiedlich sein kann. Zu den häufigsten Nebenwirkungen von Hydroxychloroquin gehören Magendarmprobleme. Dazu können Übelkeit, Erbrechen, Durchfall oder Bauchschmerzen gehören. Diese Symptome sind in der Regel mild und können oft durch die Einnahme des Medikaments zusammen mit einer Mahlzeit oder durch eine Anpassung der Dosierung behandelt werden. Hautreaktionen. Es ist bekannt, dass Hydroxychloroquin bei manchen Personen Hautausschläge oder Juckreiz verursacht. Wenn bei ihnen hautbedingte Nebenwirkungen auftreten, ist es wichtig, ihren Arzt zu informieren. Augenprobleme. Obwohl selten, kann Hydroxychloroquin möglicherweise Nebenwirkungen am Auge verursachen. Für Personen, die dieses Medikament einnehmen, werden regelmäßige Augenuntersuchungen empfohlen, da es selten zu einer Netzhauttoxizität führen kann. Es ist wichtig, dass sie ihrem Arzt unverzüglich alle Veränderungen des Sehvermögens oder augenbedingte Symptome melden. Weniger häufige, aber schwerwiegende Nebenwirkungen von Hydroxychloroquin. Obwohl selten, gibt es einige schwerwiegende Nebenwirkungen im Zusammenhang mit Hydroxychloroquin, die sofortige ärztliche Hilfe erfordern. Zu diesen Nebenwirkungen können gehören, kardiale Auswirkungen. In seltenen Fällen kann Hydroxychloroquin herzbedingte Komplikationen wie Herzrhythmusstörungen oder Kardiomyopathie verursachen. Es ist wichtig, auf Veränderungen des Herzrhythmus oder Symptome wie Brustschmerzen, Kurzatmigkeit oder Ohnmacht zu achten und sofort einen Arzt aufzusuchen, wenn diese Symptome auftreten. Bluterkrankungen. Hydroxychloroquin kann selten die Anzahl der Blutzellen beeinflussen und zu Erkrankungen wie Anämie oder einer niedrigen Thrombozytenzahl führen. Wenn Sie unerklärliche Müdigkeit, Schwäche oder leichte Blutergüsse verspüren, sollten Sie unbedingt Ihren Arzt konsultieren. Allergische Reaktionen. Obwohl selten, kann es bei manchen Personen zu einer allergischen Reaktion auf Hydroxychloroquin kommen. Anzeichen einer allergischen Reaktion können Nässe-Sucht, Schwellung von Gesicht, Lippen, Zunge oder Rachen, Atembeschwerden oder starker Schwindel sein. Wenn bei Ihnen eines dieser Symptome auftritt, suchen Sie einen Notarzt auf. Umgang mit häufigen Nebenwirkungen von Hydroxychloroquin. Wenn bei Ihnen leichte Nebenwirkungen von Hydroxychloroquin auftreten, gibt es verschiedene Strategien, mit denen Sie diese in den Griff bekommen können, nehmen Sie das Medikament zusammen mit einer Mahlzeit ein. Die Einnahme von Hydroxychloroquin zu einer Mahlzeit oder einem Snack kann dazu beitragen, gastrointestinale Nebenwirkungen wie Übelkeit oder Magenbeschwerden zu reduzieren. Erhöhen Sie die Dosierung schrittweise. Wenn Sie feststellen, dass Ihre Nebenwirkungen zu Beginn der Einnahme von Hydroxychloroquin stärker ausgeprägt sind, empfiehlt Ihr Arzt möglicherweise, mit einer niedrigeren Dosis zu beginnen und diese im Laufe der Zeit schrittweise zu erhöhen. Dies kann Ihrem Körper helfen, sich an das Medikament zu gewöhnen. Sprechen Sie mit Ihrem Arzt über eine Anpassung der Dosierung oder einen Medikamentenwechsel. Wenn Ihre Nebenwirkungen anhalten oder störend werden, ist es wichtig, dass Sie sie mit Ihrem Arzt besprechen. Sie empfehlen Ihnen möglicherweise, Ihre Dosierung anzupassen oder auf ein alternatives Medikament umzusteigen, das Ihren Bedürfnissen besser entspricht. Denken Sie daran, niemals Änderungen an Ihrem Medikamentenplan vorzunehmen, ohne vorher Ihren Arzt zu konsultieren. Bei schwerwiegenden Nebenwirkungen einen Arzt aufsuchen. Während schwerwiegende Nebenwirkungen von Hydroxychloroquin selten sind, ist es wichtig, wachsam zu sein und sofort einen Arzt aufzusuchen, wenn Sie besorgniserregende Symptome bemerken. Wenn bei Ihnen Herzsymptome, blutbedingte Probleme oder Anzeichen einer allergischen Reaktion auftreten, zögern Sie nicht, den Notdienst anzurufen oder die nächstgelegene Notaufnahme aufzusuchen. Eine frühzeitige Erkennung und sofortige medizinische Intervention können die Ergebnisse erheblich verbessern und potenzielle Komplikationen minimieren. Tipps zur Minimierung der Nebenwirkungen von Hydroxychloroquin. Zusätzlich zu den zuvor genannten Strategien gibt es einige weitere Tipps, die dazu beitragen können, die Nebenwirkungen von Hydroxychloroquin zu minimieren. Trinke genug. Das Trinken einer ausreichenden Menge Wasser über den Tag verteilt kann helfen, einige gastrointestinale Nebenwirkungen zu lindern. Schütze deine Haut. Wenn bei Ihnen hautbedingte Nebenwirkungen wie Hautausschläge oder Juckreiz auftreten, kann es hilfreich sein, Ihre Haut vor direkter Sonneneinstrahlung zu schützen, indem Sie schützende Kleidung tragen, Sonnenschutzmittel verwenden und bei Bedarf Schatten aufsuchen. Führen Sie regelmäßige Augenuntersuchungen durch. Da Hydroxychloroquin selten Auswirkungen auf die Augen haben kann, ist es wichtig, sich regelmäßigen Augenuntersuchungen zu unterziehen, wie von Ihrem Arzt empfohlen. Diese Untersuchungen können dazu beitragen, mögliche Augenkomplikationen frühzeitig zu erkennen. Alternative Behandlungsmöglichkeiten für Lupus. Während Hydroxychloroquin üblicherweise zur Behandlung von Lupus verschrieben wird, stehen alternative Behandlungsmöglichkeiten zur Verfügung. Dazu können je nach Schweregrad und spezifischen Erscheinungsformen Ihres Lupus auch andere Medikamente wie Corticosteroide oder Immunsuppressiva gehören. Es ist wichtig, diese Alternativen mit Ihrem Arzt zu besprechen, um den besten Behandlungsplan für Ihre individuellen Bedürfnisse zu ermitteln. Bei der Empfehlung der am besten geeigneten Behandlungsoption berücksichtigen Sie Faktoren wie Ihren allgemeinen Gesundheitszustand, die Krankheitsaktivität und mögliche Nebenwirkungen. Besprechen Sie mögliche Nebenwirkungen mit Ihrem Arzt. Wenn es um die Behandlung von Lupus und den möglichen Nebenwirkungen von Hydroxychloroquin geht, ist eine offene Kommunikation mit Ihrem Arzt von entscheidender Bedeutung. Es ist wichtig, alle Bedenken und Fragen zu den Medikamenten zu besprechen. Hier sind ein paar Tipps, die Ihr Gespräch leiten sollen. Bereiten Sie eine Liste mit Fragen oder Bedenken vor, nehmen Sie sich vor Ihrem Termin etwas Zeit, um alle Fragen oder Bedenken aufzuschreiben, die Sie zu den möglichen Nebenwirkungen von Hydroxychloroquin haben. Dadurch wird sichergestellt, dass Sie während des Besuchs auf alle Ihre Anliegen eingehen. Seien Sie ehrlich zu Ihren Symptomen. Beschreiben Sie detailliert alle Nebenwirkungen, die bei Ihnen auftreten, einschließlich deren Häufigkeit, Schwere und Auswirkungen auf Ihr tägliches Leben. Diese Informationen können Ihrem Arzt dabei helfen, die beste Vorgehensweise zu bestimmen. Besprechen Sie alle anderen Medikamente oder Nahrungsergänzungsmittel, die Sie einnehmen. Es ist wichtig, Ihren Arzt über alle anderen Medikamente, Vitamine oder Nahrungsergänzungsmittel zu informieren, die Sie einnehmen, da diese möglicherweise mit Hydroxychloroquin interagieren und dessen Wirksamkeit beeinträchtigen oder das Risiko von Nebenwirkungen erhöhen können. Denken Sie daran, dass Ihr Arzt für Sie da ist, um Sie zu unterstützen und Ihnen dabei zu helfen, fundierte Entscheidungen über Ihre Behandlung zu treffen. Unterstützung und Ressourcen für die Behandlung von Lupus Der Umgang mit Lupus kann sowohl körperlich als auch emotional eine Herausforderung sein. Glücklicherweise stehen zahlreiche Ressourcen zur Verfügung, die Ihnen helfen, die Komplexität der Erkrankung zu bewältigen und Unterstützung zu finden. Lupus-Selbsthilfegruppen Der Beitritt zu einer Selbsthilfegruppe kann Ihnen ein Zugehörigkeitsgefühl vermitteln und die Möglichkeit bieten, mit anderen in Kontakt zu treten wie verstehen, was Sie durchmachen. Diese Gruppen können emotionale Unterstützung, praktische Ratschläge und eine Plattform zum Erfahrungsaustausch bieten. Patientenvertretungsorganisationen Es gibt mehrere seriöse Organisationen, die sich der Unterstützung von Menschen mit Lupus und ihren Familien widmen. Diese Organisationen stellen Lehrmaterialien, Zugang zu Ressourcen und Lobbyarbeit zur Verfügung, um das Bewusstsein für Lupus zu schärfen. Online-Foren und Communities Das Internet bietet eine Fülle von Informationen und Online-Communities, in denen Menschen mit Lupus Kontakte knüpfen und ihre Erfahrungen austauschen können. Die Teilnahme an diesen Foren kann Ihnen helfen, Informationen zu sammeln, Rat einzuholen und Trost in der Gewissheit zu finden, dass Sie nicht allein sind. Abschluss Die Behandlung von Lupus erfordert einen umfassenden Ansatz und das Verständnis der möglichen Nebenwirkungen von Medikamenten wie Hydroxychloroquine ist ein wesentlicher Bestandteil dieses Prozesses. Wenn Sie sich der häufigen und seltenen Nebenwirkungen bewusst sind, können Sie fundierte Gespräche mit Ihrem Arzt führen und Entscheidungen treffen, die Ihren individuellen Bedürfnissen und Zielen entsprechen. Denken Sie daran, dass die Erfahrungen jedes Einzelnen mit Lupus und seinen Behandlungen einzigartig sind. Daher ist es wichtig, eng mit Ihrem Gesundheitsteam zusammenzuarbeiten, um Ihren Behandlungsplan individuell zu gestalten. Indem Sie informiert bleiben, Unterstützung suchen und eine aktive Rolle bei der Behandlung Ihres Lupus übernehmen, können Sie trotz der Herausforderungen, die die Krankheit mit sich bringt, ein erfülltes Leben führen.